Hallo Impuls Community, ich bin's Dr. Brutus. Wir hatten ja ein paar Forderungen gehabt, Straßensperren und ein paar Blinkhütchen für die Medics. Das hier ist jetzt etwas um euch Druck zu machen. Wenn wir es nicht schnell bekommen, wird etwas passieren. Wir haben uns militärisch aufgerüstet, ohne euer Wissen. Und wenn ihr den Anforderungen nicht schnellstmöglich rankommt, wird etwas passieren. Und hier ist ein kleiner Vorgeschmack, was passieren wird. Und das war nur die kleine. Denkt immer dran, wir haben eine Atombombe. Und da war es nicht gut, was wir machen. Oder doch, was wir haben dieses Verse?